In Rhein, in die zwölfte Minute, klasse Pass von Oberdorf auf Svenja Huth, die sieht Janett Jakapfi, das frühe 1 zu 0 für den Garst Hoffenheim mit einer Dreierkette in der Vorwärtsbewegung, aber bei Ballverlusten anfällig in der Defensive, das roch ein bisschen nach, hinein in die Schlussphase der ersten Halbzeit, Ball kommt hinein und dann klingelt es das zweite Mal im Kasten von Ann-Kathrin Dilferi. Und wieder Janett Jakapfi mit dem Treffer und die Ungarin auch an der nächsten Situation beteiligt, wir sind schon in der Nachspielzeit, klasse Flanke auf Alexandra Popp, das 1 zu 3, Wolfsburg verdammt effektiv hinein in die gute Auffassung mit Alexandra Popp und diesmal macht sie alles richtig, Janett Jakapfi, 53. Spielminute an allen vier Treffern beteiligt.